Jungs, Mr. Mike, heute nochmal ein Thema zu Puff Daddy, Diddy, weil es einfach nicht langweilig wird und es so viel drüber zu reden geht. Ich habe in einem Video mal erwähnt, so nebenbei, dass ich finde, dass Puff Daddy wohl der krasseste Gangster von allen ist. Und da habe ich so viele Kommentare, fragwürdige Kommentare bekommen, wo ich mich echt hinterfragen muss, was denken die Leute eigentlich so überhaupt. Ich meine das Wort Gangster erstmal, ich höre bei den Kommentaren schon mal raus, Gangster ist für viele Leute etwas Positives, etwas Cooles. Der coole Gangster, die Vorbildfunktion, ja man, geiler Gangster, wie zum Beispiel Tupac. Und genau da kam nochmal so der Unterschied zwischen Tupac und Diddy in der Hinsicht aus deren Augen, wo man sagt, ja Tupac ist geil, Tupac ist cool, Tupac ist ein Gangster. Und ich meine das Wort Gangster alleine schon mal, kommt ja von dem Wort Gang. Also du bist ein Mitglied aus einer Gang, einem organisierten Verbrechen. Man könnte auch sagen Clan oder die Mafia ist ja auch eine Gang, nur Mafia ist natürlich italienisch bezogen, aber ein Gangster, eine Gang ist ja in keiner Hinsicht irgendetwas Positives oder Cooles. Aber man verkauft es natürlich mit dem Image, leider, dass es was Cooles ist. Die coolen Rapper wollen alle Gangster sein. Die kleinen Kinder blicken dann auf, boah, das ist ein cooler Gangster, der hat eine Knarre, der hat Goldketten, der hat Bling Bling, der macht was er will. Aber eigentlich ist es überhaupt nichts Positives. Wenn du Erwachsener wirst, dann checkst du es eigentlich erstmal so richtig, dass du denkst, fuck, ein Gangster ist eigentlich jemand, der mit dem Leid anderer Geld verdient. Er vertickt Drogen, er braucht Banken aus, was weiß ich, was er macht. Und wenn du jetzt einfach sagst, hey, wie definierst du Gangster, einen coolen Gangster, weil es ist ja ein Image. Tupac, Füchte-Send, die haben dieses coole Gangster-Image, dieses wow, wie geil ist der bitte. Puff Daddy hat aber das richtig eklige Image natürlich, weil er halt auch ein richtiger Drecksack ist, ein Bestätiger, Menschenhandel, Kinder geschändet vielleicht oder was weiß ich nicht, was alles, was jetzt auch noch alles aufkommt, Minderjährige oder sonst was, weißt schon, es ist so richtig ekelhaft. Aber trotzdem ist und bleibt da ein Gangster, ein Drecksack. Und nur weil jemand ein gutes Image hat, ist und bleibt da halt ein Gangster. Ich finde, das ist so krass in unserer Gesellschaft, wie man das so wirklich aufteilen möchte oder aufgeteilt hat, dieses Image von 50 Cent. 50 Cent ist voll sympathisch, ist mir so zumindest sympathisch. Tupac auch voll sympathisch. Puff Daddy natürlich absoluter Ekelmensch, ekelhafter Drecksack, muss man mal so sagen. Und ein Kommentar hat mich so umgehauen, der hat das noch krasser definiert, der hat gemeint, die wahren Gangster kommen alle von der Westside. Alleine das, also Gangster an der Ostküste gibt es gar nicht. Und Gangster kommen nur aus Amerika. Gangster sind nur schwarz. Gangster hören nur Hip-Hop. So Hells Angels oder sonst irgendwas, das sind keine Gangster. Oder irgendwie so. Das ist so krass, was in den Leuten, was in den Köpfen der Leute so vor sich geht und wie sie sich für sich selber definieren. Ein Gangster muss mir sympathisch sein. Sonst ist er kein Gangster. Sonst ist er pädophiler Wichser. Total crazy, total dämlich. Also ich weiß echt nicht, wie man das für sich so etwas gutheißen möchte. Ich meine, dann die Anklagepunkte könntest du ja vergleichen. Tupac war ja auch mal im Knast eine Zeit lang. Snoop Dogg war auch mal im Knast eine Zeit lang. Was die so gemacht haben, Drogenhandel, Waffenbesitzer, sonst was. Das ist dieses Image, das können wir vertreten. Das ist okay. Damit kann ich leben. Alles andere, irgendwie, weißt du schon, ein Gangster ist ein Gangster. Sobald du kriminell unterwegs bist, bist du halt einfach ein Gangster. Natürlich kannst du das aufstufen und sagen, hey, der hat noch viel mehr, richtig ekelhafte Sachen gemacht. Dafür gehört er weggesperrt. Aber im Endeffekt, Alter, das Wort Gangster, Mafia, Clan, das ist in keiner Art und Weise irgendwas Positives, mit dem du dich schmücken müsstest. Und umso älter und reifer du wirst, umso mehr wirst du es checken, dass es halt nichts Cooles ist, dein Geld damit zu verdienen, zum Beispiel Drogen zu verchecken oder sonst irgendwas. Drogen verchecken könnte man vielleicht noch so herunterspielen, wo du sagst, hey, eine Droge, ne, wo ist eine Droge? Alkohol, Marihuana, oder es wird noch härter, Kokain, Heroin, wo du wirklich Menschen damit schadest, dann könntest du sagen, Marihuana, damit schadet man den Menschen ja nicht. Aber da könntest du wieder sagen, in Bayern vor allem, Alkohol ist bei uns in Bayern keine Droge. Alkohol ist in Bayern ein Genussmittel, obwohl du an Alkohol sterben kannst. Marihuana wird in Bayern verteufelt und noch was, obwohl es ja mittlerweile jetzt auch eigentlich fast legal ist. Aber trotzdem, früher wurdest du wegen einem Gramm Marihuana, fünf Gramm Marihuana in Bayern schon eine Woche weggesperrt, so einer Art. Also da wurdest du gleich verurteilt. Das war richtig krass. Mittlerweile ist es ein bisschen runtergefahren. Aber diese Definition alleine, das vom Gesetzen her bei Drogen, das kannst du so weiterspinnen und weiterdenken, wo du sagst, Alter, das ist eigentlich kein krasses Verbrechen, mit Marihuana zu dealen. Kokain dealen oder Heroin, Alter, das ist natürlich schon wieder krass, weil damit kannst du dein Leben so böse ficken, womit ich nicht sagen möchte, dass du mit Alkohol und Marihuana dein Leben nicht auch ficken kannst. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt wieder was Härteres. Und so kannst du das aufstufen und sagen, ach, du dealst ja nur mit Alkohol. Du bist ja nur ein Bierdealer, bist kein Gangster. Du dealst mit Marihuana. Da könnte wieder der eine sagen, Marihuana, Höllenzeug, klar bist du ein Dealer. Der andere, der regelmäßig kippt, könnte sagen, ach, Marihuana, kippt doch jeden Tag, bin ja kein Gangster. Kokain, da bist du schon wieder fällig. Da bist du ein richtig krasser Gangster, weil Kokain ist eine harte Droge. Heroin ist eine richtig, richtig, richtig krasse Droge. Weißt du, was ich meine? Und wo geht das hin? Du könntest auch mit Raubkopien von Videospielen zum Beispiel. Du könntest jetzt auch ein Gangster sein, wo du sagst, hey, ich vertreibe illegale Videospiele, ich bin Gangster. Das kannst du so krass auslegen, wie es dir gerade auch passt, weißt du, das Wort Gangster. Das finde ich das Lustige, wie dieses Image dann aber auch so ist. Ah, ein cooler Gangster, 50 Cent. Ich wäre so gern wie 50 Cent. Der wurde neunmal angeschossen, das ist so geil. Ich würde mich auch so gern anschießen lassen. Ey, ihr seid so scheißdumm teilweise, wo man echt denkt, mach doch einfach dein Hirn zu. So laber nicht, weißt du. Aber im Endeffekt, klar, du kannst es für dich sehen, wie du möchtest, aber nur weil du das für dich irgendwie so zurechtlegst, dass es für dich selber passt, ist es halt nicht die Realität und es ist halt trotzdem immer noch scheiße, ein Gangster zu sein. Weißt du, sei doch lieber ein Baller. Spiel einfach Basketball oder Fußball. Tu keinem anderen weh. Verkauf keinem illegale Substanzen, die einem schaden könnte. Lieb einfach dein Leben. Mach Sport. Bleib gesund. Das finde ich, weil du das einfach effektivst. Und komm dir doch cool vor, indem du ein Baller bist. Meine Message an die ganzen Möchtegern-Gangster da draußen oder auch Studio-Rapper, die denken, sie wären Gangster. Ich meine, in Deutschland ist das ja auch so ein Thema. So Rapper, Studio-Rapper, die nur im Studio über die Straße rappen und sich dann für Gangster halten, es sind aber niemals sind. Ich meine, auch Hip-Hop kommt ja, Rap und Hip-Hop kommt ja von der Straße, weil es Realness vertreiben, verbreiten soll. Das ist ja was Reales. Aber das ist ja, 80% aller Rapper, die sind ja nur im Studio hart. Die haben noch nie irgendwas Krasses gemacht. Das ist auch so ein Ding. Und das ist dieses fucking verlogene Image, was so viele Möchtegern-Gangster-Rapper haben, aber es einfach nicht sind. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt so hundert, es gibt wie viele Tausende von Rappern, tun auf hart rappen, aber sind es halt nicht. Da könntest du sagen, Puff Daddy kann es machen, Tupac könnte es machen, Snoop Dogg kann es machen, Dr. Dre ist schon wieder eigentlich nur das Studio, der hat noch nie Dreck am Stecken gehabt, also nicht so Gangstermäßig oder doch. Du könntest auch wieder sagen, hey Mike, der hat wieder das und das gemacht. Ja, es ist diese Auslegung, Alter, im Endeffekt mach es, wie du willst, aber geh den Leuten damit nicht auf den Sack. Spiel Basketball, das ist die gesündere Alternative, wie ich finde. Viel gegeben eure Meinung, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Bööö. Herr Erlberg. Herr Erlberg. Herr Erlberg. Herr Erlberg. Ja, Mr. Mike, Mike, Mike